Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu TDFLP. Eutsche Ding hier ohne Rupert ist natürlich auch da. Auch ein herzliches Hallo, liebe Pelikane von mir. Liebe Pelikane, ihr... ihr... großmeuer, ihr Pelikane. Auf jeden Fall, ich glaube... Ihr Füller. Ich helfe... Ähm, wir... bewegen uns in Richtung Finale. Ich glaube... Das kannst du so nennen. Ich glaube schon Kreuzberg im Hauptquartier. Ich glaube, es ist nicht mehr viel. Also es ist vielleicht noch nicht das Finale, aber... es ist nicht mehr so much anymore. Viertelfinale. Ja, vielleicht. Vielleicht Halbfinale. Keine Ahnung. Irgendwo außerhalb Berlins bereiteten sich Wolf und seine Russen vor, London auszulöschen. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wo der Startplatz war. Ich wusste, wo Wolfs Büro war. Im Herzen der Stadt. Und wenn ich dort nicht finden konnte, was ich brauchte, würde ich die Antworten vielleicht in einem Regierungsministerium in der Nähe finden. Die Schlacht von Berlin war jetzt auf dem Höhepunkt. Auf jeder Straße wurde gekämpft. Scharfschützen auf jedem Dach. Panzer auf allen Brücken und Plätzen. Die Deutschen verbrannten ihre Dokumente, damit sie nicht in russische Hände fielen. Ich musste mich beeilen. Tja, so sieht das aus, Bro. Ja. Gut, dann auf auf. In Richtung Schlacht. Erreiche die U-Bahn, um das deutsche Hauptpartier zu filetieren. 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 Flaschen. Tja, wo Gegner. Hast du schon irgendwas gesehen vielleicht? Was meinst du? Der Gegner. Warte, ich bin gerade schon. Ich gucke nach Flaschen. Naja. Natürlich so auf der Spitze von diesem Turm, da halt so auf 12 Stunden. Das ist ja voll Kuhmütter an Fisch. Das ist ja hier, Kreuzerbk. Ehe, wo schon was ist? Ah, alles auf. Nee, komm weiter. Wir können vielleicht den Zeppelin abschießen. Das hab ich mir auch schon überlegt, aber ich glaube, da laufen auch schon welche. Aber die sind noch etwas anderes, glaube ich. Ich bin gerade noch am Markieren. Ich glaube, der wird süß. Ach, die schießen gar nicht auf uns. Ich glaube nicht. Wir werden noch chillen. Ich will nicht chillen, Mann. Ich will nicht töten, aber ich spüre mir das schlecht. Als letztes Mal noch welche. Sind das die Deutschen, oder was? Ja, das sind die Deutschen, die da vorne waren die Russen. Die sind gekriegt neinander. Oh mein Gott, und wir räumen alles von hinten auf. Wir sind so richtig... penetrieren. Oh mein Gott, Alter. Das ist so super. Oh mein Gott! Konzentrierst du? Ich muss dich echt konzentrieren. Was ist los mit deinem Kopf? Na ja, was müssen wir machen. Hallo. Ich kann den nicht treffen. Hier muss einer sein. Ja. Guckt euch das an, Leute. Ich hab zwar nichts getroffen, aber ich schaff das alles mit dieser scheiß Zielhilfe. Ich klatsch die alle weg. Ich auch. Man muss einfach nur ein bisschen drüber ziehen. Bist der Physik, Jungs. Bist der Physik, Jungs. Bist der Physik. Ich kann mich leichter, leichter, wenn die weiter weg sind. Oh, ich will den Daumen gehen. Scheiße im Geh, Alter! Fickt euch! Jetzt krassier dich alle. Ja, ist okay. Ich hätte jetzt eine Idee gegeben. Boah. Alter, der ist da oben im Fenster der Bastard. Wieso kann ich dich wegkommen? Der gestern ist dein Ernst. Der hat den Granat auf mich geschmissen. Ich schwöre meine Beine nicht mehr. Wo liegst du eigentlich? Ich schwöre meine Beine nicht mehr. Ja, ich schwöre seine Beine auch nicht mehr. Fuck you boy! Ich hab voll die Wand gehabt. Ja, alles. Ich werde nicht schwinden. Oh, fuck, Alter! Fuck auf die, Mann! Ich bin mir blown. Die sind mir hier viel skilled auf dem Level. Endlich. Brauche ich mal ein bisschen Munition, ey. Wir brauchen so viel gewastet, ich glaube. Ich hab 20 Schuss abgegeben und 6 getroffen. So ungefähr was bei mir auch. Das war richtig, richtig, richtig bad. Ich hab Dynamit, ich brauch kein Dynamit. Ich brauch... Oh, ich wurde gesehen. Wo? Die waren oben. Ich hab den Scheiß-Must gerettet. Oh Gott. Ich hab den Scheiß-Must gerettet. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Boah, ich bin so schlecht, Mann! Ich hab den Scheiß-Must gerettet. Oh, ich hab's mit den Scheiß-Must gerettet. Ich weiß nicht, dass es so weit geht. Ich komme direkt zu Hilfe, wenn ich ihn gehe. Alter! 20... Ah! Nein, das ist mein Team aufgegangen! Jero, Animo! Nein! Nein! Nein, weil mein Team bestimmt aufgegangen ist! Scheiße, Mann! Geil! Okay, wir sind das erste Mal gestorben. Wir waren auch eindeutig viel zu schlecht. Das ist uns noch nie passiert. So, jetzt können wir die aber taken. Jetzt muss ich wieder undercover gehen. Punkt Nummer 1! Okay, jetzt seid echt nicht zu beden. Warum ist das so schlecht? Oh mein Gott, Mann, was passiert gerade in diesem Spiel? Kill! Kurz calm, calm mit Hits. So mit gegen. Nur noch mal. Hallo? Was ist denn? Komme ich irgendwie nicht bis dahinten hin? Alter, was sind hier gerade in der Wofbahn?! Das sind richtige Matrix-Deutsche! Matrix-Deutsche. Aber wie? Da war ich nie im Schuss aus, das ist nicht unfair. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ne, da schreit noch einer nach dem Sonny. Ah ja, ja, das ist gut! Wo ist der Bastard? So eine dicke Watsche gegen den Kopf. Die Becken. Das geht ja nicht, das ist ja voll schade. Oh, da kam ich, da kommt zwei! 1-2. Da muss ich schon mit der Waffe nicht, dann war das was ab. Platz vor Thron. Schöße, Platz vor Thron! Platz vor Thron! Platz vor Thron! Boah, da stehen welche. Da hinten, oder? 3 Stück. Schlecht durch Haus, wenn das geht. Okay, ich warte auf dich. Nein, es geht nicht. Oh, ein Goldbarren! Jawoll! Ist doch Kulon! Goldbarren! Das sind vier Stück. Pisser. Ich würde auf jeden Fall den Arm im Geh haben. Ich würde auf jeden Fall den Arm im Geh haben. Ja. Ich dachte, das wäre so cool, hätte er doch gelebt, ey. So witzig bin ich. Ich dachte, ich hätte die Chance auf den Arm im Geh. Ich habe ein Double gemacht, also. Ich habe den vorne und den Arm im Geh geholt. Aber natürlich war der nicht in süßer Form. Ist ja cool, wenn der in der Slow-Mo Form gewesen wäre. Oder in der Hyper-Slow-Mo Form. Das wäre so cool gewesen, hätte er noch so Level eingebaut, wo man mit den Schatten gehen und so arbeiten muss. Das wäre halt echt... Das wäre so voll der nächste Weg. Ja. Ja. So schlecht sind die Schatten hier gar nicht aus. Ne, das sieht ganz okay aus. Ich habe schon. Ich habe schon. Sind da nur zwei. Oh, das sieht aus wie ein Ranghorn. Willst du den Ranghorn, ich mach den anderen? Okay. Okay, auf eins, zwei, drei. Ah, da ist noch einer. Einen? Mal zu checken über die Dächer. Geht sich erstmal nichts. Ja, dann take him out. Ich sehe nichts. Ich kann ihn nicht. Ich bin zufrieden. Ja, ich sehe nichts. Doch, ich bin zufrieden. Wo sind die denn? Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich mir irgendwas sehen würde... Weil da... Ey, fuck you! Ah! Nein, war auch noch. Ach du Scheiße. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe mich getroffen. Ach du. Ich sehe den Sniper nicht, er sagt genau hinter der Waffe bei mir. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich tecke den aus. Ja, mit dem Snipe. Ja, wir kamen uns jetzt. Alles cool bis jetzt, so höchst du sieh? Das heißt, kam's fuck. So, so, so. Well done, well done. Hä? Das Fall ist gerade sehr hankt. Ja, man. Passiert. Es ist halt so, wie es ist. Du 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 du. Wo ist ja nur ein Sniper? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Sniper? Ja, hier ist noch eine. Da läuft noch eine rum. Oh, es ist noch mehr da? Oh, es ist noch mehr da? Get arm en elen Keine Lust Die Muni hat abgegrast und dann... ...so ist richtig Immer schön die Ammunition mitnehmen Okay Oh Gott, ein Block. Aber vor meiner Verabredung mit diesem Wahnsinnigen musste ich den V2-Start aufhalten. Hier fand ich keine Hilfe. Meine einzige Chance, das Ministerium auf der anderen Seite des Platzes. Da waren wir doch schon. Soll ich sie peasy oder nicht? Oder sind wir erst wieder 10.000 G's? Ja, da fällt ja nur ein Truck vorbei. Boah, 1.000 G's, 1.000 G's, 1.000 G's. 1.000 G's, 1.000 G's, 1.000 G's, 1.000 G's, 1.000 G's, 1.000 G's. 2.000 G's, 1.000 G's, 1.500 G's, 1.500 G's, 2.000 G's, 1.500 G's, 1.400 G's, 1.500 G's, 1.500 G's, 2.500 G's, 1.500 G's. Wow. Ich bin ernst, ich kann den Truck nicht hochjagen. Du hast den Tank gesehen, wie durch Löcher der war. Aber nein, ich geh nicht hoch. Seh ja hoch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ahem. Da. Oh, aua. Das ist aus dem Haus. Da laufen aber viele rum. Oh, ist immer nicht schlecht zu spielen. Boah, Alter, geht mir die Map auf den Sack und die Waffe gerade? Ey, ich kann kotzen. Ich treff gar nichts. Null. Get down, asshole. Na also. So shit, ey. Das war schon eine gute Performance. Was? Schießt doch mal einer. Ja, das schie... Ja. Könnte mir doch nichts erzählen. Aber der kann uns doch gar nicht sehen, weil... Wir sehen den auch nicht. Boah, wie er weggeflogen ist. Was sah cool aus. Was? Muss ja hin, wir müssen... Keine Ahnung. Ja. Ja. Oh, okay. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, 2003. Da kommt auch schon weiter. Was 거죠. So, war nichts? Klopf, klopf? Okay. Noch ein Goldfahrer Das musste er sein Yo! Alter! Er hätte es gefieled Oh, der Ich hab das eine Einen hab ich Wir sehen niemanden War es nur einer vielleicht? Nee, kann ich mir nicht vorstellen Wir müssen über die Zecher abhauen, irgendwie hat er gesagt Ach da jetzt die Tür auf Ah süße Wir wurden wieder angeschossen Da oben Ich sehe ihn nicht Hast du ihn geklirrt? Nein Ich sehe ihn nicht Treff ihn nicht Da oben ist er doch Das ist doch unglaublich was Ja doch, jetzt ist er da oben Ja doch, jetzt ist er da Da ist noch einer In einem Fenster War die Vase kaputt? War er vom Kran? Ja vom Kran Wunderschön der Geweinser Wunderschön Schön an die Wand gezimmert die Sau 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 Niiiinnn Niiinnn Scherz Oh ich sag mal kann springen Bloss Ja ich kann sie sicher nicht mehr überleben Das geht ja nicht Oh das war stupid Stupid! Stupid! Egal, Checkpoint soll ja nicht nach dem verbrennenden Ding da sein. Nach dem. Ja. Genau. Easy! Easy! Machen wir da auch mal einen Speedrun? Ja. Oh! Oh, jetzt verrecke endlich! Uh, er segelt. Was wollte denn Typo auf dem Dächern? Wann er das, Adi? Mölder. Mölder. Mölder, Mölder. Mölder, Mölder. Ja, ja. Extra lang. Ich kann nicht wegして. Oh OUT! Nicht herunterfallen! Ihr hattet ja genau.. Da wo hast du angeschossen. Bis hier oder? Oder nicht? Unten und oben.. Aber, ja, wo ist denn das? 11 Uhr? Cool, dass ich eigentlich schon tot bin, aber... ... du kannst mich noch wiederbeleben. Wie du bist tot? Chillst du noch? Ja, trotzdem. Hey, wenn ihr das runterfällt, ist krassig. NOOOOO! Ey, f*** diese Spiele, oh ne Witz! Oh ne Witz, fuck this game! Oh man, war das... Ey, fuck! Okay, let's do this again. Boah, ey, die Lächer stinken einfach hart. Okay. Okay. Ohhhh... Ohhhhh... Pssst... Yup... Okay, jetzt bist du hier Leute, konzentration, ob wir sie immer schaffen? Ganz ehrlich, wenn wir was immer verwirrt. Ach so, wir sind schon da vorne. Ich habe mich gerade gesehen. Ich komme! Was ist alles? Schieß nichts mehr. Na, endlich! Oh mein Gott, das ist so schlecht, Alter. Genauigkeit von Schüssen mit CV-Fan-War 68%. Das ist echt schlecht. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir getroffen. Das ist echt schlecht. Aber egal. Ja, guter A am Anfang. Ja, man hat das, was passt, Alter. Okay. Das war cool. Das war echt witzig. Das war echt cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. JUPIE, die Haare! Und... Monitor ist angespuckt. Stimmt. Und hauen rein. Bis zur nächsten Folge. Ich glaube, wir finden uns jetzt langsam in der Finale. Genau. Ich glaube auch. Das wird jetzt langsam so... Last Man Standing sein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ihr seid übelgeil. Ciao, ich bin draußen.